Leute, da drüben ist noch einer. Okay, zweiter Versuch. Ich hoffe, das Ding klappt. Wir nehmen die da. Ich habe keine Lust auf Süßigkeiten. Wenn es jetzt wieder an dich geht, dann habe ich schon 2 Euro verschwendet. Jule, du stehst genau im Weg. Doch, es ist reingegangen. Man hat es gehört. Und jetzt? Aber wie wähle ich das denn aus? Ich glaube, du ziehst einfach. Drück mal auf den Knopf. Oh, jetzt. Jetzt hat es... Oh mein Gott. Oha, das ist so die Überraschung jetzt. Das ist ein Fit-Jub-Spinner. Das schenke ich dir. Alter!